The Schweizerische Südostbahn, or SOB for short, is a standard Gorge private railway company with 136 km of track. 59% of the 205 turnouts in total are equipped with a point operating system from Siemens Mobility. Mit den immer kürzer werdenden Taktzeiten können wir uns in den Infrastrukturausfällen nicht leisten. Wir müssen uns auf die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit unserer weichen Stellsysteme verlassen können. Weiche Stellsysteme der Siemens Mobility erfüllen die beiden Anforderungen ideal. Für uns ist das ein klarer Pluspunkt und Grund, warum wir uns für das Produkt der Siemens Mobility entschieden haben. Ein weiterer Vorteil ist, dass sie vormontiert zu uns geliefert werden. Der Austausch bzw. der Einbau sowie die Inbetriebnahme nehmen daher nur sehr wenig Zeit in Anspruch. Die Beschaffung von diesen weichen Komponenten ist ganz einfach und unkompliziert. Für die Montage auf so einem weichen Verschlusssystem benötigt ganz wenig Zeit. Ich habe einen Klinkerverschluss mit nur ganz wenigen Einstellungen im Betrieb nicht. Machen wir es nochmal! Auf unserem Streckennetz haben wir 121 weichen, total 198 Klinkerverschlüsse von der Siemens Mobility im Einsatz. Sie sind schnell montiert, wartungsarm und haben einen minimalen Unterhaltsaufwand. In der Regel gibt es nur ein Verschleissteil, das ist die Gleitplatte. Innerhalb von einem Lebenszyklus muss die in der Regel nur 1-2 Mal ausgetauscht werden. Neben all diesen anderen positiven Eigenschaften sind also auch die Lebenszykluskosten erfreulich minim. Dank dieser hohen Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit haben wir nur sehr wenig Störungen. Was unsere Fahrgäste der Südostbahn sehr erfreut. Bis zum nächsten Mal.